Zur Seitenansicht. Weitere Drehungen rechts zur Rückenansicht. Seitenansicht. Frontposen. Doppelbizeps. Latissimus. Seitliche Brustpose. Rückenansicht. Doppelbizeps. Rücken. 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 Entschuldigung. Moment. Das Licht wird im Laufe des Tages schlechter, weil die Sonne wandert und deswegen müssen die Athleten dann quasi ein bisschen hier aufruppen. Lattissimus, seitliche Trizeps-Pose, Bauch und Beine. Luft raus, Noah! Dankeschön!